Text an Kreis oder Kreisbogen anpassen Wenn Sie in Word Text an einen Kreis oder Kreisbogen ausrichten möchten, verwenden Sie WordArt. Angenommen Sie möchten um das Bild einer Weltkugel herum das Wort Globalisierungsfalle schreiben, dann fügen Sie über Einfügen, Grafik zuerst einmal die Grafik mit der Weltkugel ein. Klicken Sie in der Registerkarte Format auf Textumbruch und wählen Sie Passend. Danach wählen Sie Einfügen, WordArt und entscheiden sich am besten für das Format mit der Nummer 3. Geben Sie den Text ein und wählen Sie auch hier den Textumbruch passend. Nun fassen Sie den Textrahmen mit der Maus an den mittleren Anfassern und ziehen ihn auf die Größe der Weltkugel. Der Textrahmen liegt nunmehr genau über dem Rahmen des Bildes. Jetzt fassen Sie den Textrahmen an einem der Eckpunkte und drücken gleichzeitig STRG plus SHIFT. Ziehen Sie den Textrahmen etwas größer. Durch das Drücken von STRG plus SHIFT wird der Rahmen proportional vom Zentrum vergrößert. Klicken Sie dann noch auf Form ändern und wählen Sie den gewünschten Folgepfad. Sie können den Text nun beliebig formatieren, einen Schatten hinzufügen oder mit einem Bild hinterlegen. Wenn Sie den Text an der kleinen gelben Raute anfassen, können Sie ihn beliebig um die Weltkugel herum ziehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020